Ich lauf grad zu den Punkten hin, dass ich das mal abgeben kann. Oh! Egal. Ja, nicht egal. Ah, tot. Ah, shit. Alter, kann nicht sein, dass die Zombies jetzt übel zart werden. Hier spricht Jake. Ja. Die Nacht bricht bald an. Ich bin on my way. Au. Ich bin voll auf die Fresse geflogen. Ich bin gleich da. Wilma! Ich renne zu dir. Jump, jump. So, ich bin dort, wo man abgeben kann. Ach, ey, du Sahne, ey, wie hart sind denn die? Ach, ne, ich bin vorne. Jetzt muss ich ja noch warten auf euch, weil man dort nicht abgeben kann, weil es weiter, äh, ein Stockwerk oben ist. Oh! Oh! Jetzt kann ich um hierher kommen. Oh! 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 Ok. Ja. Ok. Ich werd's nie raffen. Ich sag einfach Ja, Gutes. Genau. Wir sind alle da. Komm hoch, Onkel. Nee, Crash fehlt noch. Oh, nee. Hä, bin doch schon hier. Gib doch schon mal ab. 32.000, Alter. Geil. Gib doch gar nicht, dass du abgibst. Hä, klar. Ey, was? Ich werd die ganze Zeit abgeben können. Habt ihr eben schon. 325.000. Wie viel? 325.000. 325.000? Ich hab nur 32.000 bekommen. Hä? Wo steht denn das, wie viel wir haben? Ich hab nur 32.000 bekommen. Ja, wenn du abgegeben hast. 36.000. Nee, 36.000. Ja, der Blue, der hat sich jetzt verguckt in der Zahl, aber wir haben alle um die 30.000 rum. Guck doch mal auf der Stufe Überlebensrange. Ich hab jetzt zwei Fertigkeitspunkte, die ich verteilen kann. Ich auch. Und nächste Stufe ist 30.000. 10.000 Dollar hab ich schon. Selbstschutz. Lernen Sie, wie man ein Schild herstellt und ihn im Kampf einsetzt. Geil. Zwei Punkte greifen. Wenn Sie das Reparateur beim Reparieren einer Waffe, wird oft der entsprechende Slot nicht gebraucht. Hä? Aufputschmittel, das will ich nicht. 10% für die Handpreise? Weiß ich nicht. So. Ja. Schild bauen ist Mist. Granaden. Schild verkaufen. Ich auch. Ach cool, jetzt hab ich den scheiß Schild. Ah, okay. Das Schild kann ich auch herstellen jetzt. Ich hab eins bekommen, musst aber zum Papiermeister gehen. da kannst du. Verkaufstalent. Was? Selbst? Verkaufstalent. Mit einer Silberzunge. Mit einer Silberzunge. So, wo seid ihr? Verkaufen gewesen. Verkaufen. Beim Verkäfer. So, verkaufen. Kaufen. Was haben wir denn geschönet? Und das nehmen wir alle mit hier. Onkel? Ja. Mhm. Warte mal vor zu dem. Ach, hier hab ich jetzt alles gekauft. Oh, Fleischermesser, ey. Oh, 6.000 kostet der. Der kappt nur 18.000 Dollar. Luger. Ja, weil ich die ganze Zeit verkaufe, aber halt nicht kaufe. Ich hab auch überhaupt nicht eine Waffe gekauft, aber ich werd mit Lobby jetzt eine Waffe kaufen. Wenigstens eine. Ja. Okay. Okay. Ich habe... 12.661 Bucket. Feuerwehr. Feuerwehr-Axt. Willkommen. Oh, hier kann ich einen Entwurf kaufen. Fassball-Spezial. Ja, das nehmen wir einfach mal mit. Fäustling, Tischler. Aber ich könnte natürlich hier schweren Hammer. Brecheisen, Baseballschläger, Fleischermesser. Ich mach mal hier auf Half-Life. Ich guck mir mal hier so ein Brecheisen, wie landet. Knall mir da noch ne Mod rein und dann... Alles so gut. Boah, hier noch schwere Feuerwehr-Axt. Mann, pass mal auf. Was hast du gesagt, Onkel? Schwere Feuer-Axt. Ja, aber schwer ist immer... Ich glaub vom... Du musst immer auf das Handling unten achten. Ja? Wenn das irgendwie die Zahl ziemlich dicht ist, dann ist... Hab ich ja auch nicht. So eine schwere Feuerwehr-Axt hab ich bei mir gar nicht drinne. Doch, hier ist so ein Shop. Hab ich bei Mo drinne gehabt. Nix Oranges, außer... Also nur lila. Und so ein oranges Messer oder so. Nein, nein. Das ist aber schwerer. Flach im Kopf. Vorschlaghammer. Okay. Ja, ich hab das grad gekauft. Kupfermesser ist lila. Schwere Feuerwehr-Axt. Ach, ich geh da jetzt mal so ein Beil. Also wenn ihr unterschiedliche Sachen drin habt, dann kauft es vielleicht für den anderen. Und gibt es nicht. Ah, ich hab keinen freien Slot frei. Du wirst nirgends etwas besseres finden. Guck mal, ob ich die Kilo mal upgraden kann. Upgraden. Boah, geil. Drei Slots, Alter. Geile Scheiße. Ja, der hat auch drei Slots hier. Drei Slots sind die ja ne. Geil. Handling und Haltbarkeit. Hau ich rein. Guck mal hier, was ich hab. Champion. Ist natürlich irgendwie alles. Plus fünf. Ruheland. Nochmal Handling und Schaden. Palladin. Templer. Krass. Haltbarkeit kannst du natürlich pushen ohne Ende wahr. Das ist natürlich geil. Ich glaub, das mach ich einfach mal. Die Haltbarkeit pushen. Krass. 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 Mache ich hier Paladin rein. Und. Irgendwas, was Schaden macht. Champion. War was? Alter, das ist eine krasse Waffe. Äh, Upgrade Christian. Jetzt hab ich die übelste Waffe gebaut. Ja, ich auch. Ach ja. Guck gerade. Drei Upgrades drin. Geil. Ich wollte kurz rausgehen mit dem angucken. Alter. Sieht man das denn irgendwie? Nö. Glaub ich nicht. Oder sieht die irgendwie voll gleich aus? Oh, es ist gerade dunkel draus. Komm, lass uns zur Tür. Ne, Penn. Hier ist Penn. Hallo. Oh, ist mir gerade erschrocken, Oli, ne? Steht er hinter mir, der sagt. Alter. Hallo. Also mein... Ja. Wir kommen schon. Äh, das fiese ist ja... Ähm. Das, das... Mein Brech-Eisen sieht total normal aus. Aber macht übel Schaden. Also ohne Effekt oder sowas, wisst du? Da ist kein Brenner dran. Oder kein Schrochzeug oder sowas. Warum holen da kein Effekt drauf? Ne, ne, ne. Effekt ist manchmal ja nicht so gut. Hast du ja gesehen, bei uns ja. Mission da, die wir ja gemacht haben. Mit mehreren Spielern. Haben wir mal? Ja. Ich bin ja hier. Irgendjemand ist jetzt aber hier. Noch da drüben. Grün. Wer ist grün? Odin mal wieder. Odin. Odin zieht mal da drüben noch. Ist das geil. Odin. Wollen wir jetzt mal gucken? Gucken? Du kannst gleich gucken. Komm, 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 hier bei uns gucken. Komm ins Bett. Odin. Odin, komm ins Bett. Odin, komm ins Bett. Komm doch, gehts einfach mal hoch. Pank, ne. Auf, ich will mein Messer testen. Flugzeug. Ich meine, und ich meine schwere Feuerlags. Flugzeug schon wieder. Fuck, ey. Ich muss los jetzt. Ja, da kommt ein Flugzeug. Kommt ein Flugzeug. Nee, wir holen jetzt den Punkt hier. Doch, da ist er ganz nah, ganz nah. Ganz nah eben. Ja, ja, ja. Den Punkt wollen wir noch holen, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir was sagen. Ja, ich weiß nicht. Wie weit ist denn der weg? Warte mal. Oh, der ist aber weit weg, der Punkt, Alter. Der ist da ja ernsthaft hin. Nee, ich bin hier halt da. Ja. Ich bin direkt da. Wir sind als Erster wieder. Cool. Coach. So. Mal gucken, ob ich jetzt wieder leer ausgehe, weil ich der letzte bin. Ach nee, wir haben kein Rennen. Oh, Trophäe. Ja. Ein Hoch auf die Luftbrücke. Richtig. Ich weiß nicht, wie die Trophäen ich hier schon bekomme, aber ich habe den Scheiße hier ausgeschalten, dass ich das nicht sehe. Okay. Boah, geil. Oho, ich kann die richtig zerstückeln. Cool, jetzt sind alle vier. Also, also alle beide da. Cool, und Trophy. Cool. So, Onkel. Okay. Ja. Ja, geht doch. Die Geräusche, was er meint. Alter, die schnell meine Waffe ist, ey. Das ist ja Wahnsinn. Alter, krass. Boah, es tut mir übelst leid, liebe Zuschauer, für diese Sau. Es tut mir echt leid, oder? Jetzt denke ich dieses Gedröhne oder Verhörpfleger. Wie schnell die Waffe ist, ist das krass. Die Feuerwehrachs ist der Hammer. Ich glaube, ich brauche langsam keine Waffe mehr. Warum? Ja, kann ich dir das zeigen, wenn normale Zombies da sind. Ja, hier in die Falle hauen einfach, die Jungs. Nö. Die brauchen keine Falle. So, Onkel, komm her. Du hast ein Zombie. Ich weiß ja kaum, wo du bist, Alter. So. Den erstmal schön kicken. So, und dann. Flatsch. Das ist aber alles langweilig, wenn du das andauernd machst. das ist immer lieber eine Waffe die Vielfältigkeit macht das Lobby eben, das wird doch getrennt, das darf doch eintönen boah, ich hab den Tommy Beena abgeschnitten das ist nur der Torso, Alter mit Buttons mit dem Fleischermesser, krass komm, ich nehme mir noch mal einen vor oh, hier, Crash, komm her, hier sind noch mehr ja, 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 ich fühl's ruhig boah, ich bin drin da die Fast One-Hit, ey, ist so krass ey, ey, hier ohne Rede, Alter lass mal, lass mal leben, lass mal noch mal einen Moment leben, boah, warte mal, Uli, guck mal oh, fuck ey, die Pilser geh weg da ah, geil wir müssen mal welche nehmen ja, komm dir mal mit, äh, äh, Crashy hier wo seid denn hier? Ihr seid Richtung, äh, Orang zum Punkt? ja ich möchte dich ja ungern selber dran, ja, immer was du arbeiten musst, ne einfach mal, noch mal sagen ich weiß nicht, keine Sache, ne ja, dann hast du ja öfters gesagt, immer diese Hektik halt ich renne ja schon wie ein Blöder es gibt, das Wort gibt's nicht, Hektikkeit diese Hektik bei, bei mir gibt's ihr seid denn hier, ich seh euch gar nicht da oben ja, ich mein, bis heute seh euch hier schon wieder, noch ganz, bitte, und dann hat's halt kein Problem Alter, meine Axt geht am Ohr ab macht echt Spaß wir gehen Richtung Punkt boah wie fies ist das denn? ja 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 lauf doch einfach mal zu dem Punkt ja mach ich doch, mach ich doch mach ich doch blöder, ich muss ja zu killen mach ich, ich, ich lauf wie ein Blöder hier Parcourmeister hoch 10 hier wie ein Blöder ok, mach ich mit ok, ab jetzt wird gerannt, ich lass die Leute in Ruhe ich renne hier nur noch Apropos rennen, mit dem Onkel ist ein Ranner her ja er ist da hihihi finden sie die meiste Beute der Randall ist immer noch hinterm ok, ja ok ok wo denn? guck mal, jetzt schreit er wieder oder höhlt sich hey Crane, hast du mal kurz Zeit? alter pssst hä? wer? er will das wissen ich halte mich rein ich höre eine kleine Gruppe überlebenden Sektor 0 an mir nennt auch die Klima Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr Crane bevor sie den Funk wieder hergestellt hatten wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist und ich wollte mich nur bei ihnen mit an sie haben uns wieder Hoffnung gegeben äh, tja, wir haben geschehen sollten sie irgendwann mal unsere Hilfe schalte dann lassen sie es uns wissen, Crane nachher sind weg kann mich mal einer wieder belieben? ja, ich bin am Punkt ja, ich bin auch am Punkt das ist eine völlige Begegnung seht ihr das auch auf der Karte? ja seht ihr das auch auf der Karte? ja hallo? ALTER ich bin selber weg so oah, weg hier oah ja, ich 1200 Punkte verloren na toll ganz großes Kino wir müssen zusammenbleiben, man ja, ihr seid noch zu euer Rand oah uah 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 das ist ja so ne blöde Challenge warte uah uah nö, hallo, ich bin auch noch Challenge zu machen doch, wir sind Challenge ich bin jetzt hier im Hauptquartier so uah uah es geht uns ja ein zu den Zombiemachen und ich verschuldet einfach im Hauptquartier ja, weil ich tot war ja uah uah ich schau dem oah den Zombie da an uah 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 ja uah uah Das wird beim Looten grad wahrscheinlich passieren Die Axt richtet das schön Das geht los Ich kletter mal hoch hier jetzt Wir wollen alle sterben Wir wollen alle sterben Gut So Hier lebt noch einer Ich muss sagen, ich geh rein Ich bin hoch drin Na dann lass uns da das Ding abschließen Yay Ich glaub dann müssten wir hier wieder einsteigen Bei euch Weil das ist ja Sicherheitszone und so, ne Ja So Hier hin müssen wir Ach hier ist Reis Bin noch zum Schopfer Nee Tja Du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt Sondern bist auch heil wieder zurück Bravo Bekomme ich jetzt Antizin Du meinst ich sei so leicht zufrieden zu stellen Du musst noch einiges beweisen Schau wir brauchen das Mittel dringend Gib es mir jetzt Dann komm ich zurück und tu was du willst Du kriegst das Antizin wenn ich es sage Keine Sekunde früher Wie gesagt Man kann mit mir reden Tust du was ich von dir verlange Gebe ich dir nicht nur eine Sondern gleich zwei Kisten Antizin Also gut Was soll ich für dich erledigen Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache Du brauchst mehr Überzeugungskraft Den eigenen Willen durchsetzen Die eigenen Regeln machen So wird man zum Lebst du nach deinen eigenen Regeln Crain Oder bist du jemandes Marionette Ich glaube ich kenne die Antwort Sprich mit Karim sonst beschließe ich dass du es nicht wert bist Okay Wir haben gar keine Nebenmissionen angenommen Nö Nö Lass mich doch mal durch hier Komm nicht ran Na Onkel Ich schließe Wie mit dem Quatsch Du Anni ist ja kein Job Der muss ja hier Der Shop Da steht ja auch nur im Anzug alter Und der sagt zu ihm Onkel geil Das ist ja kein Urhegum Pickel Das ist mit ihm wettze Achso das ist ein anderer Typ Das war Raid man Ja der Wichser Der alte Wichser Shop Der fängt ein paar Bessere an ihr Bude hier Kaufen Entwurf Gift Standard Höllenfeuer Entwurf Habt ihr auch Standard Höllenfeuer oben drin? Ne, ich hatte ähm Was anderes Fuck Fleischerei Hackmesser Shuttle 107 Alter 107 Erstklassiker Baseball Schläger, auch nicht schlecht Und dann gibt's noch ein Schlachthaus Hackmesser, Alter Aber das können wir leider noch nicht nehmen, da müssen wir Level 10 für sein Da ist bei mir ein Küchenmesser, ein Küchenschlachthaus Ne, ganz unten hab ich bei mir ein lila Schlachthaus Hackmesser Das ist besser ein Küchenmesser Echt? 143 Alter Also hat wieder doch den eigenen Bei mir ist es auch ein Schlachthaus Hackmesser Bei mir ist es? Warte mal, was hab ich denn eigentlich? Aber nur Orange Echt? Orange ist noch besser als lila Orange ist das Beste Glaub ich Glaub ich Nee, Orange ist vor lila Nein Eko Orange, glaube ich, ist am besten Okay, komm mal her Warte mal, ha Lila ist schlechter als Orange Wo bist denn du? Ja Ja Lila ist schlechter? Ja Ah Kosmetika Kosmetika, cool Und da, ja Auch nicht, das ist in der Couch Ja komm, du sollst dein Das Couch mitnehmen Couch mitnehmen, genau Guck mal, hier sind nicht nur Katzen, hier sind auch Hunde Wunderfoto Wunderfoto Wunderfoto, da Ach, hier Nee Na eben So Liebe Freunde, kommt mir langsam zum Schluss hier Ja Boah Das ist ja die Alter, Pfarrer Das steckt aber übelst an grad Jo Jo Okay, der Cressy, der muss ich jetzt arbeiten und wir müssen den Namen Ich weiß nicht wer der ist und es ist mir auch scheißegal Geh mir aus den Augen Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Wir hatten auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gehabt, ziemlich viel Meckerei Wie immer halt brauchen wir sowas, wir brauchen unsere Cressy hat natürlich unsere Ohren zerwichst Ja, heute Richtig Und, ja War aber ganz cool, wir haben es noch nicht viel geschafft von Missionen ja gesehen, aber Hey, irgendwie haben wir irgendwie auch nicht viel geschafft, glaube ich Kommen wir irgendwie so vor Ja Naja, okay Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns morgen wieder Tschüss Tschüss Bye 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 Vielen Dank.